hallo und herzlich willkommen bei love nails heute gibt es wieder ein neues whole video meine neue lieblingskategorie muss ich gestehen ich brauchte ein paar sachen neu und ich wollte ein paar sachen neu also habe ich eine kleine bestellung aufgegeben und die will ich euch zeigen ach ja und es sind auch noch sachen drin wo ich gar nicht weiß was drin ist die philipp noch mit reingepackt hat weil ich sie euch in den nächsten ein zwei videos auf jeden fall vorstellen werde so erstmal finde ich übrigens super toll dass auch immer bei mir die pakete so schön verpackt werden das finde ich wirklich schön und super lieb und super nett danke dafür ich brauchte vor allen ding neu fräser bits da musste ich mir auf jeden fall neuen nachschub besorgen und zwar einmal den zum abtragen der gesamten modellage dann wollte ich gerne mal testen ob full cover tips sich besser von unten befräsen lassen mit einem keramik bett das ist also ein persönlichen persönlicher test der nicht mehr machen wollte und unbedingt neuen lager hat bitte braucht sich auch und auch neue bürstchen und so ein polier dingens für die nagelhaut dann habe ich gleich das gesamte set genommen denn auch diese bits die kann man immer gebrauchen dann brauchte ich unbedingt neue klebchen damit befestige ich immer meine designtipps auf den halterungen das hält wunderbar und klappt richtig gut ich habe auch eine gelprobe bekommen apple blossom und lemon fiss also glitzer farb gehe sehr nett dankeschön und natürlich habe auch ich so ein nettes kärtchen dabei vielen dank für deine bestellung und dann waren meine neongel leer also ich muss sie wohl letztes jahr gesoffen haben die frage leer die brauchte ich also auch auf jeden fall wieder neu dann habe ich mir dreimal das kleine ein phasen gel bestellt und zwar möchte ich gerne ja mir mal so ein zwei effekt aufbau gele daraus machen daraus kann ich auch gerne dann mal ein video machen weil es bestimmt eine interessante spielerei ist ich habe mir übrigens auch schon hier den daumen vorbereitet für eventuelle tests neues base gel brauchte ich ganz ganz dringend das brauche ich sowieso immer mal sowohl für nasse nass als auch wenn zum beispiel wenn ich farben mischen muss oder so dann verwende ich dafür immer noch base gel ein neues bürstchen neues bottis die die ich habe sind glaube ich schon drei millionen jahre alt die mussten auch ganz dringend mal ausgetauscht werden dem pass dem paul brauche ich immer das ist nämlich auch so ein ich weiß nicht wie es bei euch ist aber bei mir sind dem war fast sowie verschleiß artikel denn ich finde immer irgendwelche möglichkeiten entweder mein stempel kissen kaputt zu machen oder es mit glitzer und pigment zu beschmieren oder ich komme mit nagellack entfernen oder noch schlimmer mit aceton an diese ränder hier neue fineliner pinsel zum malen also nicht nicht diese schlepper pinsel sondern richtig welche zu malen und da war mir eben besonders wichtig dass ich welche mit kappe habe dass mir die nicht wieder aushärten wie mir das schon das ein oder andere mal passiert ist und das sind hier verschiedene größen schattieren und etwas gröbere zeichnung und hierfür feinere zeichnungen und ganz wichtig ich weiß nicht ob ich es schon mal gezeigt habe was man machen sollte bevor man einen pinsel überhaupt benutzt hier ist so gummi arabicum nennt sich das das muss man erst mal aus dem pinsel entfernen das sitzt meistens hier hinten in der zwinge und vorne in den pinsel spitzen das muss man erst mal so ein bisschen raus machen bevor man den pinsel überhaupt benutzt das mache ich meistens mit den fingern und dann mache ich einmal ein bisschen cleaner auf eine zelette und ziehe den pinsel dadurch und dann kann man den eigentlich gut benutzen ihr könnt es aber ganz gut sehen ob ihr alles entfernt habt wenn ihr den pinsel vor eine lampe haltet vorsichtig mit dem fingernagel so daran geht und wenn es nicht mehr staubt dann habt ihr alles soweit entfernt so jetzt setze ich aber erst mal die deckel wieder drauf ach guck mal die passen auch nicht das ist der sowieso immer der letzte ne dem man noch probiert und dann musste der da da so was richtig so was habe ich noch ich weiß schon teilweise gar nicht mehr was noch ja ha ha einen neuen neuen fullcover pinsel habe ich mir auch geholt da muss ich zugeben der war jetzt nicht unbedingt ein muss der war jetzt eher ein ich will weil ich den so cool fand habt ihr den schon gesehen im shop mit leo muster ist ja voll mein ding aber allerdings dass ich an dem auch richtig cool fand weil er so schön kurz ist ich mag zum modellieren einfach lieber die kurzen pinsel und das der erscheint mir ideal der ist auch richtig schön fest das war nicht nur optisch ein glücksgriff die kannte ich nämlich auch noch gar nicht der wird auch beim modellieren ein glücksgriff sein sehr gut und auch wieder mit deckel das ist mir wirklich sehr wichtig eine neue pinzette die braucht man immer mal um sticker und tattoos und so weiter runter zu fremen neuen remover den benutze ich in der not auch immer mal als nagellackentferner aber eine kleine mini pfeile für den schlüssel und eine meiner liebsten aller liebsten spielereien das sind diese einleger die finde ich ja sowas von toll und ich brauchte auch unbedingt neue muscheln jetzt für so diverse sommer designs und der rest gefällt mir halt auch immer sehr gut also wird gleich die gesamte box sehr schön da fällt mir auf jeden fall wieder einiges mit ein und was haben wir hier das weiß ich gar nicht was das ist ach ja neues dappendisch ich habe meins leider ein bisschen zerdeppert so besonders gut wenn man nur so kleine mengen braucht egal von liquid remover oder auch cleaner ist das immer perfekt das kann man schön nebenbei hinstellen und verschließen das ist sehr sehr gut so und damit ihr auch noch was zu gucken habt werde ich euch jetzt noch mal alle neon gele auftragen und ich werde mir eine neue farbe oder vielleicht sogar zwei neue näher und farben daraus mischen und wir fangen jetzt einfach mal an gelb ich habe sie mir hier schon geöffnet damit das nicht noch länger dauert die näher und gele muss man dazu sagen sind ein bisschen dicker als unsere anderen farb gele sind aber dennoch noch flüssig genug um damit auch einen leichten flüssigen auftrag hin zu bekommen und wie ihr seht sind sie auch deckend das sieht man ja ganz gut bei der tipp transparent ist da kann ich euch nicht allzu viel vormachen da ist es wie es ist und es für ein neongelb wirklich sehr sehr schön deckend und ich möchte hier an dieser stelle auch noch mal sagen dass diese gele auch unter der kv unter diesen gesichtspunkten absolut in ordnung sind und nicht nur als kosmetische nail art verwendet werden dürfen sondern auch richtig als farb gehe und sowie alle unsere neueren gele sind auch diese wieder hemer frei für alle die dies letztes jahr nicht mitbekommen haben wollte ich das jetzt noch auch das deckt wieder wunderbar aber ich habe sie verdeckt noch das knallt wirklich richtig schön schade dass man das immer so durch die kamera nicht so richtig einfangen kann die schluckt ja dann doch immer so ein bisschen was vom grellen aber die leuchten wirklich richtig richtig gut und was sie auch tun was für mich auch immer sehr wichtig ist bei einem farb gel also vor allen dingen bei farb geln dass sie sich selber glatt ziehen also ich bin ganz ehrlich bei aufbau geln ist mir es gar nicht so wichtig weil da kann man feiern da ist das super das ist gar kein problem aber wenn man bei farb geln noch mal feiern muss ist es wirklich immer ärgerlich weil man sich dann nämlich auch immer farbe weg feilt und deswegen finde ich es ganz wichtig dass sich farb geln selber glatt ziehen ich weiß nicht wie ihr das seht ist euch das genauso wichtig oder habt ihr da noch gar nicht so drauf geachtet also für mich ist das immer ein ko kriterium wenn sich ein farb geln nicht eigenständig glatt zieht oder zumindest nicht gut glatt zieht ich hätte übrigens ganz vergessen die nägel mal auszuhärten sollte man dann zwischendurch mal machen bevor ein blöder unfall passiert so jetzt sind wir bei rot oder rot schreit mich förmlich an aus dem tig und ich habe immer so die angewohnheit dass ich bei farb geln eigentlich immer so oben anfange und das so schwebend immer auftrage das ist aber eigentlich gar nicht nötig weil die farben wirklich so deckend sind aber ich habe mir das vor ein paar jahren einfach mal angewohnt angewöhnt angewohnt und hab das jetzt so beibehalten auch eine wirklich 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 richtige näher und farbe und als letztes kommt noch pink und die beiden gehen dann zusammen nochmal unter die lampe so und ich habe euch ja gesagt dass ich mir noch eine farbe anmischen möchte und das mache ich jetzt auch ich möchte nämlich gerne mal ein neon lila haben das will ich jetzt einfach mal probieren einmal wie es ist mit blau und pink und einmal mit blau und rot aber wie ich mich kenne werde ich wohl die blau-pink variante bevorzugen mal sehen schauen wir mal schauen das gefällt mir schon mal ganz gut ok ich bin sehr gespannt wie die blau und rot variante aussieht ok das ist auf jeden fall zu viel rot und jetzt ist auch leider nichts mehr von dem neon effekt zu sehen da muss noch mal ein bisschen blau dazu also ich sehe jetzt schon nein blau und pink ist es hier brauche ich gar nicht weiter mischen ganz 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 klar und ganz eindeutig pink und blau machen das lila was ich gern hätte und wenn ich das so sehe finde ich beim nächsten mal auf jeden fall noch mehr pink so diesen lila ton habe ich mir jetzt angemischt das kommt ihr wieder in der kamera nicht ganz so ja strahlend neon mäßig rüber wie es eigentlich ist aber damit müssen wir einfach leben aber ich weiß jetzt für mich ich brauche auf jeden fall mehr pink in meinem lila und dann werde ich das einfach beim nächsten mal beim nächsten mal anmischen etwas beherzigen so ich bedanke mich bei euch fürs zusehen und ich freue mich aufs nächste video bis zum nächsten mal tschüss